Wir drehen die Zeit ein bisschen zurück und finden uns zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder. Im Norden der Vereinigten Staaten am oberen Mississippi ist es zu dieser Zeit nicht leicht, Landwirtschaft zu betreiben. Aber die Zeiten bringen Innovationen, gerade in Bezug auf die Flussboote und sorgen für das Wachstum der Wirtschaft. Riverboat ist ein Spiel um Landwirtschaft und Flussboote für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren und dauert gute anderthalb Stunden. Jeder von euch besitzt sein eigenes Stückchen Land am Fluss. Auf eurem Land sollen Ackerfrüchte gedeihen, welche ihr dann per Flussboot in den Süden verschiffen wollt. Ihr benötigt Helfer, die für euch auf dem Feld arbeiten. Äcker müssen bepflanzt werden und natürlich muss das wertvolle Gut auch geerntet werden. Nur dort, wo fleißig gearbeitet wird, kann auch gepflanzt werden. Kommissionäre, die euch geschäftlich in der Stadt vertreten und eure Waren veräußern, günstige Gelegenheiten und verschiedene Anschaffungen für euer Land sorgen für großes Ansehen. Jedoch solltet ihr auch immer darauf achten, dass sich reichlich Schiffe an eurem Steg befinden. Der Hafenmeister sorgt für Punkte, wenn er eure Schiffe passiert. Bei Riverboat solltet ihr nicht nur auf euer eigenes Land achten, sondern auch einen Blick auf die Situationen werfen, die bei den anderen Spielern herrschen. Denn nur so und mit guter Planung habt ihr hier die Möglichkeit, als Sieger vom Tisch aufzustehen. Ein wirklich schönes Spiel auf vielerlei Weise. Viel Spaß bei Riverboat, eure Kaddi.